Hallo, herzlich willkommen zu diesem tollen Video. Auf Wunsch der Zuschauer gibt es jetzt die Feuerjacke. Wie ihr seht, brenne ich. Aber brenne ich nicht wirklich. Ihr habt euch die Feuerjacke gewünscht. Hier ist die Feuerjacke. Und so habe ich versucht, diese Jacke zum Brennen zu bringen. Wie ihr seht, ich brenne. Aber nicht wirklich. Ja. Das ist nur ein Trick. Eine blaue Jacke, die jetzt zum Brennen gebracht wird. Alles blaue wird ausgelöscht. Und dahinter kann man dann Feuer legen oder viele andere Dinge. Ja. Ja, was muss man denn sagen? Ich habe ja gesagt, die Feuerjacke kommt. Die kommt ja auch. Und mir das nicht nur eine Feuerjacke ist. Oder wir bleiben bei der Feuerjacke. Aber genauso wie es mit der Feuerjacke funktioniert, funktioniert es auch mit der Farbwechseljacke. Ich könnte die Jacke auch in zig anderen Farben machen. Und hätte im Prinzip eine Jacke, die alle Farben der Welt hat. Im Prinzip könnte ich die in so viele Farben, wie es gibt, könnte ich diese Jacke machen. Und wieder x-beliebigen Farben. Gepunktet. Streifen. Schwarz. Blau. Weiß. Grün. Gold. Rot. Rosa. Pink. Lila. Und was sonst noch alles gibt. Ja. Ja. Also ich könnte ich in x-beliebigen Farben machen. Ja. Rosé. Orange. Gelb. Ja. Schwarz-Weiß. Grau-Weiß. Blau-Weiß. Grün-Weiß. Rot-Weiß. Orange-Weiß. Gelb-Weiß. Pink-Weiß. Lila-Weiß. Grün-Weiß. Wie auch immer. Bleibt sich gleich. Ja. Aber das ist jetzt eine Feuerjacke. Deswegen frage ich euch, wie gefällt euch diese Feuerjacke, so wie ich die jetzt gemacht habe. Ich mache sie jetzt einmal. Vielleicht werde ich den einen oder anderen Video nochmal machen. Aber im Grunde genommen habe ich mir gedacht, einmal mache ich das, weil das ein bisschen ziemlich aufwendiger ist. Und vor allen Dingen hört ihr auch die ganze Zeit im Hintergrund, dass es brennt. Ja. Das sind so Sachen für sich. Aber im Grunde genommen ist es ziemlich viel aufwendig, sowas zu machen. Bei einer Farbwechseljacke geht das eigentlich, weil du im Prinzip nur die Farben hast. Und wenn ich jetzt noch die Feuergeräusche mache, so wie sie jetzt sind, dann sind sie da. Ja. Ich kann natürlich auch die Feuergeräusche abstellen. Aber dann hört ihr nur mich sprechen. Eine Feuerjacke, ich glaube, wenn es ordentlich brennt, dann soll auch Ton dabei sein. Ja. Deswegen ist das so. Und ich hoffe, euch gefällt diese Feuerjacke. Und ich muss dazu sagen, ich hoffe, ich konnte euch diese Jacke als Feuerjacke darstellen lassen. Ja. Das war es erstmal wieder von meiner Seite. Ich würde sagen, das war es erstmal wieder für heute mit der Feuerjacke. Ja, ein bisschen kurz, aber fein. Und ich würde sagen, das war es erstmal. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Natürlich kommt auch bald wieder mal am Abend mit neuen Folgen. Es werden auch viele andere neue Videos kommen. Das dauert aber noch ein bisschen. Dienstag seht ihr nämlich mit morgen am Dienstag. Und ja, das war es. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage es. Ciao.